Ich weiß nicht, Trierflexe und so, die bauen sich mit der Zeit das auf, bei mir. Nee, bei mir ist das ja andersrum. Ich brauch nur so die ersten ein, zwei Runden zum Reinkommen. Dann... Dann hörst du einfach auf. Genau. Wir haben aber Bio-Gefahr-Gut-Behälter, das ist für uns gut. Ja. Mist, haben die keine obskuren Statistik-Werte. Und über 200 R-Level. Mal sehen. Besprechend ist es nicht, ah, die sind unten. Ah, scheiße. Dann war Glaz jetzt nicht die richtige Wahl. Westseite unten. Ja, unspornen wir. Tja, mag ich den wirklich viele haben. Nein! Ich bin jetzt auf der Südseite gespawnt. Dann gehen wir mal da rein. Five seconds to go. Proceed to Biohazard-Container-Location. Das sind die Container hier, oder? Auf der Seite, ne? Nee, schon gar nicht. Ja, hier ist der Containereingang. Ja. Ich bin echt vier Leute hier rein. Ja. Geh doch mal vor, Sledge. Bist du halt auch nicht? Hat der Laser-Pointer? Ja. Ja. Warte. 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 Geht aus sehr schön. Da ist der Gang jetzt, wo ist er wird? Da kam ein C4 geflogen Boah, direkt hier vorne Upstairs Durch den Gang Ist auch einer Ja, aber ist okay Oh Mute, der Mute ist nur einer auf der Seite Ja, nicht schnell Äh Ich hab einfach gar nichts gemacht, außer die Wände aufgemacht Ich hab einen durch sein Killhole erschossen, weil das Killhole gelb geleuchtet hat Hehehe Und da hat er einen weggehammert Ja Einmal weggehämmert und weg ist er Aber auch down glaube ich Hammertime Ja Wenn der Mute jetzt so Kontaktgranate, das wär noch geil Ja Ja Das war nicht No Alter, wem hier hat da das Fenster Die Wand irgendwie nicht verstärkt haben oder was Ja Ja Drei Drohnen hab ich Ja Ich hab keiner Drei Drei Vier Drei 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 Dann hast du aber eine übersehen. Das ist total dumm, dass das andere Mira-Fenster gegenüber von der Tür dran gemacht wurde. Ja. Guna, kommen bei dir welche? Im Außeneingang hier war einer. Okay, ich komm zu dir. Aber oben im Westen haben sie auch die Tür aufgemacht. Ja, Süße und Mira ist weg. Boah. Der andere auch. Ich geh mal zum Mark rüber, Guna, ne? Hm. Haben die das Fenster auf? Das Mira-Fenster, ist das auf? Ich mein's nicht. Okay. Komm, zeig deinen Kopf. In der Ostseite ist einer auf jeden Fall in der Legion-Falle geladen. Das ist schon mal sehr schön. Sind welche oben an Luken, oder? Ich hab vorhin oben Steps gehört. Oh, die machen ja was an der Wand. Vorsicht, die Wand geht auf, Riegel. Klamot zerstört. Ah, die sind hier auch direkt hinter der Wand, glaub ich. Ja, ich prob, mach das Fenster. Ich seh das, wenn die kommen. Ui, Sledge hab ich. Sehr schön. Den Gang hinter dir hab ich im Blick, Igel. Sehr gut. Da wird die Hauptgang kommen. Okay, es hat nicht funktioniert. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Wo war der? Keine Ahnung wo der letzte. Das war aber geil jetzt hier grad. Die Anzeige. In dem Gang hinter dir hab ich einen wegholt. Und den zweiten hast du erwischt, genau. Und dann war noch einer von den Behältern, kam der irgendwie. Aber der hat's wohl nicht rechtzeitig geschafft. Ne, der ist nur in der Legion-Falle gelatscht. Die waren nämlich dann irgendwie noch zwischen den Räumen. Puh, das haben wir gerade immer hingekriegt, ey. Ja, easy. Wenn man gewinnt, war es immer easy. Wenn man verliert, waren es Cheater. So ist es richtig. Da habe ich das gelernt. Ja, wobei, wir drei haben jetzt auch jede Richtung abgeämmt. Also das war ja schon ganz gut eigentlich. Ja, aber hinter uns, der wäre gefährlich gewesen. War der, dass der dich erwischt hat, Marc? Der die Türen da aufgeschossen hat? Zu den Behältern hin? Oder war der... Der ist bei der im Gang. Weil der von hinten, der hat mich dann nämlich echt aus meiner Deckung getrieben, da der von hinten kam. Das hätte doch ein bisschen böse ausgehen können, wenn das noch eine halbe Minute länger gewesen wäre. Ja. Ne, da habe ich ja sofort gerufen, einen Igel hinter dir. Einen im Gang hinter dem Igel da, da habe ich... Oh, und den habe ich noch gekriegt. Das war vielleicht... Den zweiten hast du da angerechnet, da habe ich dir vielleicht die Zeit erkauft, um dich zu postieren, irgendwie richtig. Dann hat er sich nicht überrascht. Ja, man muss natürlich auch mal sagen, ich muss natürlich auch mal sagen, dass eine... Ähm... Wenn du dich mit mehreren Leuten battelst, dann müssen du ihn her schießt. Und ist da so ein bisschen, okay, auch schnell leer. Also, Warden ist hochgerannt. Ich weiß jetzt nicht, ob der... Ich drohe mal eben, ja? Ja. Hier vorne ist zugekasselt, das ist gut. Das ist schon gut. Oben sehe ich jetzt gerade, dass man keinen. Ich fahr aber mal eben hoch. Ich fahr mal hoch. Ne, hier sind keine, das sind unsere Jungs. Alles klar. Warte, lass mich mal durch, Gunnar. Dann mache ich nämlich einmal hier das Lösch, das Lösch, genau, hier. Fahr mal, 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 fahr mal nicht. Scheinbar nicht. Gut, der macht eben eine kleine Hibana. Scheinbar nicht. Was voll dämlich ist. Ciao, Warden. Ja, der hat mich erwischt. Das hinten, hinten ist noch einer. Ganz hinten im Raum. Ich weiß nicht, man muss sowas wandern. Das macht ja echt die Kasselwand, ob ist der bescheuert? Above the hatch, above the hatch. Aber diesmal bin ich wenigstens oben. Das wenigstens mal nicht so egal, unten irgendwo. Ja. Ja, auf diesen Maps mit den engen Gängen ist echt gläsgreich so verkehrt. Vielleicht soll ich den da auch mal auf ein Haus und so. Ja, ich mein, du musst smoke sein, den ganzen Gang zu. Die kann ja keiner überraschen, ne? Ja, mit den großen, offenen Maps so im Ranked und so, da bringt der das nicht so viel, aber kleineren. Oder auch im Keller, in der Bank oder so. Schon einiges bringen. Oh, ich bin ja nicht getroffen. Ich bin ja nicht getroffen, 32,5. Da habe ich auch nicht. Vor allem, was der gemacht hat, war eigentlich voll dumm, der Thurman, ne? Der hat die, der hat die, die Kasselwand aufgemacht und das wäre eine super Ankündigung gewesen, wenn so von da gekommen wäre, weil sie die ziemlich laut einreißen müssen oder sprengen müssen. Ja, aber nur die äußere, innere war auch noch einer, aber das konnte er nicht wissen. Ja, also ich weiß nicht, also ich hätte die gar nicht, ich hätte die unangetastet gelassen, ehrlich gesagt, die Wand. Ja, es ist nicht nur laut, es dauert auch ziemlich lange, ne? Eine gute Vorwandzeit und so, alles. Vor allem, anstatt er, dass er die Wand im Gang aufmacht, macht er oben die Luken auf, also. Er hätte auch böse ausgehen können, wenn einer oben, wenn der letzte oben gewesen wäre oder so, ne? Dann vielleicht durch die Luke uns noch irgendwie. Ja, der ist ja sogar die Luke runter, glaube ich, der letzte, den ich dann gekillt habe. Achso, ich dachte, der wäre die ganze Zeit da in einer Tür gewesen. Nee, 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 der ist gedroppt, der ist gedroppt. Stimmt, wir haben es secure, der konnte ja nicht da gewesen sein. Genau.